Und das war ja der Ostreich Sechs-Leben-Ansstellung für Schröding. Und das war ja der Ostreich Sechs-Leben. Und das war ja der Ostreich Sechs-Leben. Und das war ja der Ostreich Sechs-Leben-Ansstellung für Schröding. Und das war ja der Ostreich Sechs-Leben-Ansstellung für Schröding. Und das war ja der Ostreich Sechs-Leben-Ansstellung. Und das war ja der Ostreich Sechs-Leben-Ansstellung. Und das war ja der Ostreich Sechs-Leben-Ansstellung. Und das war ja der Ostreich Sechs-Leben. Ja, ja. Hier ist der Liffmanfurt am 26. Januar statt und zwar die SVB Heldstelle Ulzburg, also die Wir sind jetzt gekommen aus Hamburg und das auf 18 Uhr. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss nochmal, lieber. Tschüss.